Mostar, die historische Hauptstadt der Herzegowina. Die sogenannte Alte Brücke, ein Juwel türkischer Baukunst in Europa. Bis vor einem Jahr waren hier tagtäglich tausende Touristen anzutreffen. Heute macht die Stadt einen ausgestorbenen Eindruck. Der Bürgerkrieg, die nur wenige Kilometer entfernt stattfindenden Kämpfe zwischen Serben und Kroaten, haben den Tourismus zum Erliegen gebracht. Serben, Kroaten und Moslems leben in Mostar schon seit Jahrhunderten auf engstem Raum zusammen. Sie alle haben Angst, dass die Kämpfe auch auf ihre Stadt übergreifen könnten. Die Moslems fürchten, zwischen Serben und Kroaten zu geraten. Die alte Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam tut sich auf.